Hallöchen meine lieben Freunde, hier ist mal wieder euer Drani und ich heiße euch willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play City Skylines. Ja, am Horizont sehen wir das Meer. Da muss ich hin, denn ich will einen Hafen bauen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Konnte ich weiter kaufen? Ja, kann ich. Soll ich das da, das obere, das untere? Das da. Haben wir mehr Platz. Ja, da ist mehr Platz. Ich überlege jetzt echt gerade, ob ich einen Frachthafen bauen soll. Dazu müsste ich eigentlich dann das hier weiterspinnen. Das war hier. Ich mache das wirklich jetzt gerade. Im geraden Winkel. Okay, gut. 180. Ah, dann sehe ich natürlich jetzt von hier nicht. Von da aber. So. Es ist ja Strand. Eigentlich will ich das da direkt nicht hinbauen, aber oh mein Gott. Ist halt so, ne? Dann kommt jetzt hier ein Hafen hin. Okay. Das heißt, Hafen war hier. Ein Frachthafen baue ich hier hin. Einer reicht ja. Zwei brauche ich glaube ich nicht. So. So. One Straßen. Geh mal einmal so und einmal so. Und die einfach mal. So. Habe ich hier Wind irgendwie noch? Ein Strom. Wind. Ja, ich glaube, da ist ganz gut, ne? Hau mal einfach mal da hin. Wasser fehlt noch. Ja, gut. Das ist natürlich klar. Jetzt fehlt dir gleich kein Wasser mehr. Zack. Hä? Die haben kein Wasser? Ernsthaft? So, genug da. Strom habe ich nicht unterbrochen. Nein. Ah, okay, gut. Jetzt gehen wir mal. Stoff hier. Jetzt muss ich mal Spaß haben, weil ich gerade gucken. Ach, hier ist eine Ampel. Was macht die Ampel denn da? Da sollten ja dann jetzt Frachtschiffe, die so langsamer kommen, ne? Ist jetzt ziemlich weit weg, ich weiß. Aber, ach ja, ich kann ja noch einen anderen Hafen hin. Umschlagplatz, ne? Oh, da kann ich hier noch nicht bauen. Ach, nee, da brauch ich 50.000. Ah, blöd. Ja, gut, dann setzen wir uns da mal ran, ne? 50.000 ist ja machbar. Äh, ich kann allerdings hier trotzdem schon mal die Gleise ein bisschen bauen, ne? Da ist eine. Ähm, wo sind die Gleise? Und die Gleise sind hier. Kommen wir ja trotzdem einfach mal schon mal weiter bauen. Ich hatte mir überlegt, dass ich eine Monorail jetzt auch mal mache. Und zwar so irgendwie hier, also von hier dann hier rum hier langs. Ich überlege auch, ob ich das hier platt mal, dass ich hier durch kann. Und dass ich irgendwie vielleicht über den Kreisel hier hinten raus kann. Das überlege ich so. Ähm, wo haben wir die Monorail denn? Monorail ist hier, was hatte ich hier noch? Ach, das ist er doch da. Ach, das war Seilbahn. Na gut, die bringt mir hier noch nix. Habe ich eigentlich einen Berg hier in der Nähe? Ne, ich glaube, ich hatte keinen. Ne, da hinten sind die. Da komme ich aber nie, glaube ich, nie hin, oder? Ne, ich glaube eher weniger. Ich weiß gar nicht. Dazu muss ich die Stadt natürlich entsprechend ausbauen und das habe ich nicht und das kann ich im Moment nicht so schnell. Will ich auch nicht wirklich. Ähm, Moment. Transport ist hier. Monorail ist das hier. So, was baue ich denn da? U-Bahn-Monorail-Zugknoten. Ne, das große Ding brauche ich eigentlich nicht. Monorail-Bahnhof mit einer Straße. Monorail-Bahnhof. Okay. Der nächste kommt dann hier hin. Dann kommt hier einer hin. Ja, und dann... Der nächste ist dann... Hier. Das muss ich echt gerade überlegen. Hier einer. Hm. Hier hin. Na, hier kann ich irgendwo einen hinbauen. Hier, aber das will ich nicht. In die Mitte will ich ihn auch nicht bauen. Tja, jetzt gerade mal echt überlegen. Drumherum. Dahin. Soll ich über die Industrie gehen? Ich könnte hier einen hinbauen. Oder aber ich bauere einfach hier hin. Das könnte ich natürlich auch machen. Das war die irgendwie in der Mitte durchgehen. Hier in die Mitte kann ich auch keinen bauen. Ja, ne, da ist kein Platz. Dafür ist er nicht sauber genug gebaut. Hätte ich mal, ne? Da geht hin. Aber das ist Quatsch. Hier könnte ich auch keinen hinbauen. Hier könnte ich ihn hinbauen. Aber hier in die Mitte will ich eigentlich keinen bauen. Dann baue ich ihn hier hin. Ja, so ungefähr. Genau, das war's dann auch. So, das heißt jetzt... Gleistechnisch. Ja, ich weiß das. Ich weiß das auch gerade gar nicht. Äh, ne. Das da. Das ganz runter. Ich weiß das gar nicht. Ne, das ist verkehrt hier. Das muss ich... Muss ich verschieben, das Teilchen. Beziehungsweise... Ne, äh... Ich brauch Straße hier mehr. Ach so, ja. Jetzt brauche ich einen Knüpfung natürlich. Äh... Das ist nur ein 8 Grad Winkel. Ja, ist es... So, weil die... Verschiebe ich einfach. Bisschen zu nah da dran. So. Äh... Ich weiß ich aber gar nicht. Muss ich die alle abschließen? Ne, ich kann doch einfach nur bauen. So, weil ich gehe jetzt... Hier rüber. Dann gehen wir hier hin. So, jetzt gehen wir... Das geht nicht. Warte mal. So. Was machen wir das jetzt? Gehen wir so. So. Okay, gut. Ah! Was ist denn das Problem? Was ist denn das für ein Quatsch? Sag mal... Was setzen die da hinten aus, oder was? Sind alle angeschlossen? Was ist denn das für ein Quatsch? Muss ich nicht verstehen. So. Also die Monorail will ich halt jetzt... Will ich jetzt echt erst mal erst machen. So. Aber... Jetzt gehen wir hier lang. Kann man das anschließen. Hier kann ich wahrscheinlich nicht lang. Ich muss hier drüben hin. Äh... Und die Straße führen wir dann auch noch schnell weiter. Das ist die da. Okay. So. Na. Den bitte dran. Danke. Gehe ich hier aber auch weiter. Das ist der 90 Grad Winkel. Gut. Dann machen wir die. Ah, die ist schon aus. Okay. Gut. So. Monorail. Wie mache ich denn das? Ne. Mach mal. So. Ah. Ich mache es. Moment. So. Genau. Dann machen wir es so rum. Jetzt wird es natürlich ein bisschen eng da. Ich weiß. Ähm. Hallo? Hallo? Ernsthaft? Geht doch. Nee. Das muss ich hier verschieben. Das ist zu nah. So. Das ist schon besser. Das Spot war hier. So. Oder? Jetzt geht es hier einfach gerade durch. Und hier werde ich jetzt aber mehr etwas außen lang gehen. Damit ich nicht so viel von dem Gebäud kaputt mache. Da ist der Nächste. Das heißt. Direkter Weg ist der Beste. So. Und jetzt habe ich den da hinten noch. Wobei den da hinten noch. Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier lang soll. Weil ich müsste ja eigentlich dann hier außen irgendwie lang. Ja. Das mache ich auch. Wie komme ich da jetzt am besten rüber? Mal so eine Kurve hier lang. Wie kann ich da? Muss ich hier lang? Achso. Genau. So. Jetzt haben wir es. Und jetzt eine Linie. Ich kann ja einfach nur so lang gehen. Und dann einfach wieder zurück. Ich muss die ja nicht beenden. Oder? Ich kann doch auf der gleichen Spur wieder zurückfahren. Na. Da hin. Ja. Geht. Was haben die denn ständig für Probleme mit dem Wasser? Was soll denn der Mist? Wieso setzt das dann ständig aus? Es ist doch... Hä? Ich habe doch hier eine... Achso. Hatte ich nicht. Ähm. Ja. Okay. Gut. Ah. Okay. Okay. Damit kriege ich keinen Strom. Kriege ich denn hier jetzt Strom? Innen drin verlegen will ich das eigentlich nicht. Ja. Da muss ich jetzt mal gerade den Zaun abreißen. Ach. Dämlich. Und jetzt das hier verlegen. Innen dann halt. Und jetzt den Zaun legen. Äh. Moment. Das war hier. Hier ist der Zaun. Äh. Ich weiß. Das da. Knöpfpunkte aus. Das da bitte. Okay. Es ist zu nah. So. Dann machen wir es halt so rum. Auch gut. Okay. So. Das fährt alles. Was wir in dem Wasser verstehe ich immer noch nicht. Ist da immer eine Bruchstelle oder sowas? Oder ist das Quatsch? Die haben Wasser. Die haben Strom. Es ist eigentlich alles da. Gut. Deswegen mache ich mir jetzt auch keinen Kopf mehr drum. Okay. Hinten wird rege gefahren. Äh. Gut. Jetzt bauen wir aber mal irgendwo weiter. Ich weiß noch nicht genau wo. Eigentlich müsste man hier unten noch weiter bauen. Passiert da irgendwas hier? Nö. Da steht ein Auto. Okay. Was machst du? Okay. Der wartet bis da was ankommt. Oder hingebracht wird. Was passiert? Aber weder das eine noch das andere. Nein. Da fährt nichts raus. Ne. Jetzt müssen wir gerade schauen wie das ankommt schon. Monorail. Oh. Immerhin 55. Ja. Die nimmt man mit. Ne. Okay. Ihr wollt Arbeitsplätze haben. Ja gut. Ich kann Industrie noch ein bisschen bauen. Ich könnte hier hinten auch Industrie bauen. Könnte ich machen. Oh. Müll. Ja gut. Ist mir egal. Bringt eh nichts. Ist ja nichts da. Ich hab's halt nur provisorisch schon mal gebaut. Okay. Gut. Dann kommen wir ja hier. Mach ich hier weiter. Ah ne. Halt. Warte. Den da bitte dran. Bauen wir denn hier hinten weiter? Oder soll ich hier weiter bauen? Ich glaube ich war hier weiter. Ihr wollt ja eh Arbeitsplätze haben. Was ist hier raus? Ne. Aber wir können so rein. Das kann man da miteinander verbinden. Oder wir lassen es einfach so. Es hat doch auch was. Ah. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht aber. So. Die Straße. Die kreuzt hier. Geht hier weiter. Zwischendrin. Was kann ich denn hier machen? Da könnte ich hier einfach rein. Ja genau so. Beziehungsweise auch nötig kommt. Das kann man doch hier wegfahren. Da gehen wir ein Stückchen weiter drüber. Da kann man das nämlich so abschließen. Genau. Da haben wir einen schönen Block hier. Will ich hier raus? Kann ich hier raus? Ja. Aber für was? Nö. Das lass ich so. Dann gehen wir jetzt hin. Wir machen hier einfach überall Büros hin. Tut ja nicht weh. Ähm. Ich kann aber hier jetzt halt Wege noch bauen. Nö. Die hier. Nö. Den bitte aus. So. Den einmal. Hier dran. So kann ich hier unten schön durch ohne was zu zerstören. Das sieht gut aus. Nice. So und von hier dann noch irgendwie auf die andere Seite. Geht nicht. Kann ich hier überhaupt was machen? Ah. Okay. Wegen dem. Dann mach ich das hier einfach. Nö. Oder mal das abreißen. So. Jetzt hier dran. Genau. Dann haben die da nämlich ihre Wege. Da könnte ich... Nö. Das ist zu eng. Hat er mir hier noch irgendwo was? Ja. Ich könnte hier noch... Wasser. Ich weiß. Ihr habt noch keins. Ich kann hier das noch machen. Ernsthaft? Warum wird das hochgebaut? Ach so. Deswegen. Oh Gott. Okay. Ähm. Ich gehe hier einfach gerade durch. Beziehungsweise. Hier hin. Ja. Man bleibt das wenigstens. So geht nichts kaputt. Äh. Kann da was hin? Ähm. Grünzeug. Ne. Moment. Hier. Stehen wir es klein. Also kann ich da ein kleines Teil hinsetzen? Ne. Wo war er denn? Da. Oh cool. Geht hier. Auch schön. Schnuckelig. Äh. Wasser. Marsch. Und nochmal da. Einmal raus. Das hier auch noch. Und dann sind die mit Wasser versorgt. Schön, schön. Das ist auch jetzt kein IT-Cluster hier hinten. Habe ich jetzt auch nicht vorzumachen. Und machen hier einfach unseren nächsten Stadtteil. So. Da weiß ich nicht. Da gehe ich wahrscheinlich hier raus. Drüben hin. Macht das mal ein bisschen größer hier einfach. Dass wir schon mal eine Fläche haben. Ich mache einfach mal. So. Da oben auch raus. Arbeitsplätze werden angenommen. Schmuckes Städtchen. Musiksagen. Jetzt nochmal drüber schauen. Ja. 78. 19. Wo sind die? 42. Ich will jetzt nochmal drüber schauen. Das so. 21. Äh, ne. 57 sind schon mehr. 22. 21. 31. So. Und hier will ich halt dann irgendwie anders noch rum. Ich könnte theoretisch hier hinten hin. Ganz theoretisch könnte ich am Wasser entlocken gehen. Wenn ich das will. Hier sind einige. Schade nur, dass hier nichts draus wird. Ich könnte überlegen noch, ob ich da. Doch. Einen Bahnhof hinsetze. Aber das wird wahrscheinlich den Verkehr doch ein bisschen erhöhen. Nun denn. Da wird hier hinten. Oh, da fährt was. Da fahren Autos. Haha. Ich glaube es ja nicht. Okay, gut. Wir bauen. Ich mache es. Weißt du was? Ach, ich baue hier hinten einfach weiter. Ähm. Wie mache ich denn das jetzt am einfachsten? Äh. Gleise. Achso. Ich muss halt die hier dann abreißen. Da ist der Bahnhof. Ne. Quatsch. Muss ich gar nicht. Was rette ich dann? Straße muss ich erstmal bauen. Äh. Jetzt wieder mit ihm. Mit Winkel. So. Das auch weiter. Oh ne. Das geht weiter dran. Hoppala. Das wird aber verkehrt gebaut. Da muss ich doch von Hand bauen. Die sind. Sind die parallel zueinander? Irgendwie. Okay. Knüpfpunkt aus. So. Sieht schon besser aus. So. Und jetzt kann ich natürlich hier hingehen. Und den Knüpfpunkt wieder einschalten. Was ist denn da ist einer? Da müsste der nächste irgendwo hier hin. Damit das nicht zu nah beieinander ist. Gucken wir mal gerade hier. So. Okay. Zu steil. Ja. Schon klar. So. Wäre das auch erledigt. 50.000. Okay. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Aber wir arbeiten uns darauf hin. So. Hier könnte ich jetzt. Beschrägt das machen. So. Dann habe ich hier. Mal hier. Nee. Die Richtung nicht. Guck mal da eigentlich raus. Geht das? Nee. Geht nicht. Okay. Da muss ich oben dran. Ich überlege, ob ich einen weiteren Park mache. Ich könnte hier einen Park hinbauen. Ja. Komm. Das machen wir. Ich fahre wieder. Auch wenn es so ein kleiner ist. Spielt ja keine Rolle. Parks von hier. Zoo. Naturschutzgebiet. Nee. Das ist ein bisschen viel Requisiten. Nee. Ein Zoo ist zu klein. Ich kann hier einfach nur einen Stadtpark machen. Einfachen. Das machen wir mal ein Haupttor. Machen wir so ein großes. Nee. Nebentor. Das ist das Haupttor. So. Und dann. Nebentor. Ne? Dann kommt. Achso. Nicht im Parkgebiet. Ja. Das ist klar dann. Ne. So. Parkgebiet. Übermalen. So. Es ist wie gesagt nur ein kleiner Park. Aber es muss ja auch nichts immer überdimensioniertes sein. Nebentor. Und Nebentor. So. Die beiden werden jetzt damit versehen. So. Ganz. Einfach. Was können wir denn hier so für Sachen hinbauen? Infostand. Ein paar Kaffee. Nehmen wir erstmal die. Ein paar Kaffee. Die Toiletten direkt nebendran. So. Naja. Das ist jetzt wieder nicht so toll. Aber. Ja. Ne. Das will ich so nicht haben. Sieht das besser aus. 30 mal sogar. Okay. Ähm. Was hab ich noch für Sachen hier? Pavillon. Ja. Pavillon. Was ist das da? Klettergerüst. Wie sieht das da aus? Ja. Sieht gut aus. Achso. Den Zaun. Hä. Zaun total vergessen. Äh. Ist er hier? Der da bitte. Ähm. Nehmen wir mal mal Kader. Müsste ja funktionieren. Ne. Muss ich doch. So machen. muss ich doch leider so wie der handhaben. Nein. Gerade. Okay. Dann halt so. Ah nein. Das muss ich umverschieben. Okay. Es ist generell zu groß. da muss es dahin ach das sieht jetzt wieder komisch aus naja was soll's ich kann es ja dann das war mittlerweile zu doof irgendwo so eingezäunt ist er kann ich nur eben noch klein ich kann nicht dahin setzen kann ja sandkasten hier noch ein so rum zack ist aber wie gesagt immer zu dunkel finde ich das heißt hier kommt licht hin dahin da kommt noch licht hin ich finde das immer so dunkel ja hier natürlich so was kommt hier noch hin mülleimer so die kommt mülleimer das muss ja sein park schild einmal hierhin dahin da kommt schon dreh dich da kommt es hin und ich hier so ein wegweiser mal dahin ja dann war es erledigt was ist das denn kann ich noch nicht bauen da fehlen noch ein paar sachen okay okay wasser fehlt hier mal schnell damit die endlich ruhe geben so sind das wieder an wasserschwankungen verstehe ich nicht dass so wenig wasser oder was pumpen mal ganz doch da geht es schon ein bisschen runter okay das könnte daran liegen muss ich vielleicht mal ein bisschen umdisponieren so gut das begrünen wir den noch schnell dann ist auch leider schon die folge fertig ne begrünen wir hier ne ne quatsch da weiß noch gar nicht was ich dafür bäume und so weiter nehmen oder ob ich mal einen relativ offen lassen soll weiß nicht nö eigentlich nicht das soll ja nur schön sein weil die wenigsten parks haben gar keine das ist zu viel na wo ist denn der kleine habe ich keinen doch immer habe ich das und klein oder ach das war es doch da hinten auswählen da brauchen wir es nicht da haben wir es schon genau da tun wir noch ein bisschen an den rändern das machen das muss ich nicht weiter ausfüllen hier noch überall genau das sind jetzt wieder die details und das ganze ganz ordentlich aussieht das ist richtig was solche verbäumchen nehmen das ist ganz große nehmen nee das passt nicht das passt überhaupt nicht so dann haben wir noch vereinzelt vor allem hier hinten wo nichts ist oder wo man halt normal nicht so unterwegs ist aber auch eigentlich nur so mit ganz so dicht weil sauber gemacht wird er ja schon hier kann man schon das große nehmen so was nehmen wir denn jetzt für bäumchen was haben wir dann ganz am anfang eigentlich noch für welche palme die palme will ich eigentlich nicht hin pflanzen bambus baum gruppe sowas kann ich nehmen ich nach irgendwas in der richtung ja einzelne natürlich ja da wollen wir halt sowas machen bambus passt ja so ganz genau da haben wir einen schönen kleinen park wieder gebaut so jetzt haben wir noch mal jetzt eigentlich drei eins zwei drei stück genau die hier hinten wollen irgendwann auch mal ein park haben habe ich gehört da könnte ich irgendwas anderes hinbauen die werden alle genutzt sauber ja okay zeit ist leider schon um also extrem viel haben wir es heute nicht gemacht aber ich will auf jeden fall weitermachen denn ich brauche wie viel waren es 50.000 damit wir hier hinten ja den hafen daure entspricht den frachthafen bauen können weil hier wirklich was ankommt tut noch nichts das wird alles dann noch werden ich sag wie immer vielen vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten folge in diesem sinne tschüss sodel das war's dann wieder für heute ich sag wie immer vielen vielen dank fürs zuschauen wenn dir das video gefallen hat dann lass mir doch einen kommentar da daumen nach oben und wenn das nicht schon längst hast ein abonnement natürlich würde ich mich auch freuen wenn wir uns im nächsten video oder im stream wiedersehen in diesem sinne tschüss in diesem sinne tschüss in diesem sinne tschüss